Und damit herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute schauen wir uns mal wieder eine Lötstation an. Angeteasert habe ich euch das Projekt schon im Dezember in einem kurzen Short und ich habe endlich auch wieder Zeit gefunden, seitdem ihr mir das mal genauer anzuschauen. Und zwar geht es dabei um diese tolle KSGR-Lötstation. Die Schwierigkeit ist dabei gar nicht irgendwie die zu betreiben oder den dabei mitgelieferten Lötkolben in Betrieb zu nehmen, sondern die Schwierigkeit ist, dass meine eigentliche Idee war, diesen JBC-Griff damit zu benutzen. Darauf ist sie ursprünglich nicht ausgelegt und man muss ein paar kleinere Umbauten machen. Das hat initial noch nicht funktioniert und wir schauen uns das heute an und gucken, wie wir das zum Laufen kriegen. Aber zuerst mal eine Bestandsaufnahme. Wie ich die eigene Firmware darauf gebracht habe, haben wir uns im Dezember angeschaut. Aber die ist auch schon wieder etwas älter und seitdem ist einiges passiert. Wenn es daran nicht scheitert, fangen wir mit einem Update an, einfach um da alle Verbesserungen, die seitdem eingeflossen sind, mitzunehmen. Außerdem müssen wir uns die Hardware nochmal anschauen. Soweit ich das gelesen habe, braucht man einen kleinen Umbau. Den habe ich teilweise angefangen, teilweise auch noch nicht. Bisher funktioniert hat es nur mit dem Original-Lötkolben, nicht mit dem anderen. Und wir versuchen einfach mal heute das dazu zu kriegen, dass alles funktioniert. Dazu wechsle ich gleich an meine Werkbank. Währenddessen müsst ihr dann mit einem VoiceOver von mir ein Vorlied nehmen, denn die steht zufälligerweise direkt neben meinem 3D-Drucker und der ist noch mit ein paar Gridfinity Baseplates beschäftigt. Und das dauert leider etwas. Also direkt rein da, los geht's, viel Spaß mit dem Video. Aber bevor wir uns jetzt die Spirale aus Frustration, Erfolgen, mehr Frustration und abschließend Erfolgen anschauen, klären wir als erstes mal die Frage, die sich direkt stellt. Und zwar ja, das passt erstaunlich gut auf das Gridfinity System, aber halt auch eigentlich schon wieder zu gut, denn es darf über das Grid nicht überstehen, deswegen müssen wir es dann doch wieder zentrieren. Okay, aber steigen wir ein in das eigentliche Thema des heutigen Videos. Der erste Schritt ist ein Firmware-Update, denn aktuell ist eine Version aus Juli 2022, also von vor ziemlich genau zwei Jahren installiert und seitdem hat sich doch ja einiges getan und ich will einfach nicht, dass es daran am Ende scheitert. Also wechseln wir auf die aktuelle Version. Das Software-Update kann nur über die Debug-Schnittstelle eingespielt werden. Daher muss ich zuerst das Gehäuse öffnen und diese Schnittstelle wieder freilegen. Bei der Pin-Belegung war ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, welche Farbe für welche Versorgung steht. Also habe ich kurz mit dem Multimeter nachgeprüft, welcher Pin mit Masse verbunden ist. An dieser Stelle bietet sich ein kurzer Einschub an. Und zwar einmal dazu, wie kriegen wir den Händler da rein und welche Firmware brauchen wir überhaupt. Denn es gibt aktuell elf verschiedene Builds für unterschiedliche unterstützte Hardware-Versionen. Zum Glück gibt es vor allem für die KS Gearboards eine Übersicht mit verschiedenen Bildern, an denen ihr den Controller vergleichen könnt und damit herausfinden könnt, welche Hardware-Version bei euch verbaut wurde. Mein Board sieht zum Beispiel ziemlich ähnlich aus wie dieses V2-Board. Das heißt, ich werde die KS Gear V2-Firmware benutzen. Einige Boards beschriften die Deepak-Header. Da ist es dann sehr leicht zuzuordnen, was Versorgung, was Ground und was die Daten und Clock-Signale sind. Wichtig ist es vor allem, Ground und Versorgung nicht zu verwechseln, da das unser Board zerstören könnte. Das Daten- und Clock-Signal habe ich dann als erstes zugeordnet, indem ich geschaut habe, welche Pins direkt mit dem Mikrocontroller verbunden sind. Das sind hier die beiden mittleren. Der Masse-Pin kann dann einerseits anhand der großen Massefläche, andererseits durch durchpiepsen mit dem Multimeter zu bekannten Masse-Potenzialen, wie diese mit G-markierten PIN oder der Minus-Verbindung zum Netzteil identifiziert werden. Anschließend hier noch einen Header einlöten und die Vorbereitungen fürs Flashen sind abgeschlossen. Dieses Mal musste ich hier nur noch meinen ST-Link Debugger anschließen, dann am PC in das ST-Link Utility wechseln, die Firmware in das Fenster ziehen und auf Program klicken und damit ist die Aktualisierung der Firmware auch schon durch. Da ich für die nächste Inbetriebnahme die Netzspannung anschließen werde und im Gehäuse offene Kontakte mit dann gefährlicher Spannung liegen, habe ich das Gehäuse wieder zusammengebaut. Dazu habe ich im ersten Schritt den Debug-Header wieder isoliert, damit es nicht zu einem Kurzschluss am Gehäuse kommen kann. An dieser Stelle auch nochmal die kleine Warnung. Bitte passt beim Arbeiten mit gefährlichen Strömen und Spannungen wirklich auf euch auf, denn sobald ihr den Strom spürt, ist es meistens schon zu spät. Bei der Inbetriebnahme bekomme ich jetzt die Möglichkeit, meinen Lötkolben und die Sprache auszuwählen. Soweit, so gut. Ein kurzer Blick in die Einstellungen zeigt auch, dass das Software-Update funktioniert hat und wir jetzt die aktuellste Version nutzen und damit direkt weiter in die Bestandsaufnahme der Hardware-Umbauten. Dass ohne einen angeschlossenen Lötkolben nichts erkannt wird, ist irgendwie logisch. Deswegen habe ich erstmal die T12-Version wieder angeschlossen. Aber die wird leider weder erkannt noch warm. Das hängt damit zusammen, dass ich den Umbau auf JBC-Lötkolben bereits angefangen habe. Und zwar habe ich diesen Jumper hier unterbrochen. Allerdings wird auch der JBC-Lötkolben jetzt noch nicht erkannt. Und ja, ich habe in der Software natürlich das Profil auf diesen C245 angepasst. Und an dieser Stelle, nur ohne das Bild, das ich euch gerade gezeigt habe, bin ich beim letzten Mal hängen geblieben. Denn einigen ist vielleicht schon aufgefallen, dass hier noch eine Verbindung eingezeichnet ist, die bei mir irgendwie noch fehlt. Aber das ist ja ein lösbares Problem. Abgesehen davon, dass ich die Station wieder aufschrauben muss, noch weiter auseinandernehmen muss als eben und einfach eine Brücke zwischen den zwei Kontakten einlöten muss. Damit war ich ziemlich konfident, dass es jetzt auch ziemlich funktionieren sollte. Immerhin steht das so in der Anleitung. Also habe ich die Station natürlich direkt wieder zusammengebaut und alles zugeschraubt. Und tatsächlich hat es zu einem ersten Erfolg gereicht. Die Anzeige zeigt jetzt ein anderes Bild, nämlich NTC Retie. Eine kurze Internetsuche hat mich dann darauf gebracht, dass es zwei Versionen von dem Griff gibt. Einmal mit einem NTC im Stecker oder wie bei mir ohne diesen NTC. Aber dem Update sei Dank gibt es dafür eine Software-Einstellung. Dann sollte jetzt also alles funktionieren. Oder etwa nicht. Sobald ich die Temperatur ändere und damit der Station auch indirekt sage, ja heiz bitte den Lötkolben auf, stürzt sie irgendwie ab. Das hängt damit zusammen, dass der Heizwiderstand in den T12-Spitzen deutlich größer ist und damit die Spitzen bei gleicher Spannung deutlich weniger Leistung umsetzen als die JBC-Spitzen. Daher wird mit der neuen Spitze das Netzteil der Lötstation einfach komplett überfordert. Zum Glück gibt es auch für dieses Problem inzwischen eine Software-Lösung. Und zwar kann die Maximalleistung des Lötkolbens auf einen in der Station eingestellten Maximalwert begrenzt werden. Außerdem kann die PWM-Frequenz der Regelung erhöht werden, wodurch das Netzteil die Stromimpulse besser ausgleichen kann. Okay, dann kann ja jetzt nun wirklich nichts mehr schief gehen. Es muss einfach funktionieren. Deswegen kriegt ihr dazu einfach, obwohl er schlecht ist, kurz meinen Live-Ton. Wir haben eine Temperatur von 180 eingestellt. Sieht vielleicht ein bisschen qualmen. Also der Lötkolben wird jetzt definitiv warm. Zeigt immer noch irgendwie 50 Grad an. Aber so wie das Lötzinn hier schmilzt, sind das definitiv mehr als 50 Grad. Und so wie der sich vorne verfärbt, hat der deutlich mehr Temperatur gesehen gerade. Okay. Ich wechsle kurz die Spitze, vielleicht liegt es auch an der. Aber auch mit einer anderen Spitze hat sich das Verhalten der Lötstation nicht geändert. Außerdem ist mir an der Stelle noch aufgefallen, dass es keinen Unterschied gibt, ob jetzt die Spitze eingesteckt ist oder nicht. Wir messen in beiden Fällen ungefähr 50 Grad. Und damit auf in die nächste Phase der Fehlersuche und Frustration. Da ich diesen Fehler nirgends beschrieben gefunden habe, habe ich einen systematischen Ansatz gewählt. Der erste Schritt dabei war es, den Temperatursensor in der Spitze selbst zu überprüfen, um festzustellen, ob wir überhaupt eine Temperatur messen können. Und tatsächlich können wir an der zuvor erwärmten Spitze eine Spannung messen. Die passt auch ziemlich genau zu der Spannung, die wir nach der geschätzten Temperatur erwarten würden. Außerdem wird sie beim Abkühlen langsam kleiner. Die Spitze selbst bzw. der Sensor ist also in Ordnung. Ebenso lässt sich relativ schnell überprüfen, dass die Verkabelung stimmt, indem man die Messung nochmal am Stecker wiederholt. Und damit bleibt nur noch die Lötstation selbst bzw. die Ansteuerplatine davon als Fehlerursache übrig. In der Software habe ich auch keine Einstellung mehr gefunden, die irgendwie zu diesem Problem passen würde und zu der das Gesamtverhalten gerade passt. Also ist der nächste Schritt irgendwie auf der Platine selbst zu messen. Zum Glück habe ich hier noch festgestellt, dass ich die Ansteuerplatine auch aus meinem Labornetzteil versorgen kann und damit das eingebaute Netzteil erst einmal weglassen kann. Für die Fehlersuche habe ich dann die Brücke, die ich eben reingelötet habe, erstmal wieder entfernt. Mit dem Effekt, dass ich jetzt tatsächlich eine andere Temperatur angezeigt bekomme. Daraufhin habe ich als nächstes den Widerstand zwischen dem Eingangspin für die Temperaturmessung und Ground gemessen. Mit der Feststellung, dass ich da irgendwie 0 Ohm, also eine leitende Verbindung habe. Und das soll so definitiv nicht sein. Aber mit dem gefundenen Fehler konnte ich an eine Lösung gehen. Also habe ich angefangen damit, den Pin freizulegen und die Verlötung zu lösen. Dabei hat sich dann auch die Ursache für die Verbindung zu Ground gezeigt. Und zwar ist das Pad, das hier mit dem Stecker verbunden ist, bei dieser Platine gleichzeitig auch mit der Ground Layer verbunden. Und da in diesem Bereich der Platine beide Seiten gleich gelayoutet sind, hat es auch nicht funktioniert, die Kupferschicht zu unterbrechen und das Pad freizukratzen. Also muss die ganze Hauptplatine ausgebaut werden und dazu muss erstmal der gesamte Stecker abgelötet werden. Auf der Rückseite war das Problem sogar noch eindeutiger zu erkennen. Die beiden Pins sind einfach direkt mit dem gleichen Massepotenzial verbunden. Und das ist natürlich für die Nutzung mit dem JBC-Lötkolben nicht sinnvoll. Als Lösung habe ich jetzt das Pad von beiden Seiten mit einem Bohrer entfernt. Anschließend alles wieder zusammenbauen. Darauf achten, dass man auf der Oberseite den Pin natürlich jetzt nicht mit der Massefläche verbindet. Und die Lötbrücke wieder zwischen Stecker-Pin und Platinen-Pin einbauen. Beim nächsten Test ist sofort aufgefallen, es wird kein Lötkolben erkannt. Und das schon mal gut. Also habe ich den Lötkolben angeschlossen und die Temperaturmessung passt deutlich besser zur Umgebungstemperatur. Und es ist ein anderer Wert. Ein vorsichtiger Test im Debugmenü zeigt jetzt, die eingestellte Temperatur wird wie gewünscht eingeregelt und insgesamt die Lötstation scheint zu funktionieren. Damit bleibt nur noch ein letzter Zusammenbau und natürlich ein Test im zusammengebauten Zustand. Und genauso wie es jetzt funktioniert, habe ich mir das vorgestellt. Yes. Ja Leute. Und damit hier kurz weiter mit einer Zusammenfassung, einem kurzen Outro und einem Teaser, wie das Projekt gleich noch weitergeht. Also im Endeffekt haben wir jetzt eine neue Software installieren müssen, einen Hardwareumbau machen müssen, einen weiteren Hardwareumbau machen müssen. Zwischendurch noch eine Fehlersuche, weil der Hardwareumbau nur zum Teil dokumentiert war. Aber im Endergebnis, es funktioniert. Im nächsten Schritt werde ich jetzt die Station noch mit einer Halterung für den Lötkolben erweitern, die Sleep-Funktion damit aktivieren. Aber das wird hier in diesem Video einfach zu lang und passt thematisch nicht mehr so richtig. Damit ihr das aber nicht verpasst, bleibt unbedingt dran, abonniert unseren Kanal und ciao bis zum nächsten Mal.